Werbe gibt sich schon auf eine Reise von 17 Tagen mit 9'000 Kilometern? Da musst du irgendwo durch ein bisschen verrückt sein, irgendetwas muss dir fehlen. Ein Abenteuer auf vier Rädern. Die Bedingungen ein Auto, das mindestens 20 Jahre alt ist und nicht mehr als 2016 Franken kostet. So dauern Autofreaks während zwei Wochen quer durch Europa. Im April starten 45 Teams mit über 100 Teilnehmern zu der grössten Low-Budget-Rallye der Schweiz. Catch Trophy 2016 ist ein Fun-Rally mit total verrückten Personen. Warum seid ihr so verrückt? Es gibt natürlich viele Überraschungen, es ist auch die Rallye der Rekorde. Du schaust uns mal an, dann weisst du es, oder? Wir brauchen einfach Abwechslung. Auf der faulen Haut am Strand liegen ist nicht so dein Ding. Du willst schon etwas von unserer Welt sehen und Abenteuer erleben? Dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Bist du bereit für das Abenteuer von deinem Leben? Bist du bereit für dich? Was fällt euch? Ziemlich alles! Guten Morgen! Das war eine kurze Nacht. Hahaha! 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 Bis zum nächsten Mal. Achtung, der ist sehr tief. Holy moly. Da kommst du nicht mehr zurück. Schau mal, da steigt schon ein Telt von der Strasse. Ich fahre langsam. Ich weiss nicht, wie gut der davon greift. Der Plan, wie wir jetzt weitermachen. Wir warten, bis das Wasser wirklich noch etwas höher ist. Ja, wir wollten eigentlich den Effekt vom ACMA-Planing nutzen. Wir warten, bis das Wasser. Wir warten, bis das Wasser gibt. Wir warten, bis das Wasser. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018